Herzlich Willkommen in der Sage50 Software. In diesem Tutorial Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Buchungen per DATEV zum Beispiel an Ihren Steuerberater übergeben können. Die DATEV-Übergabe finden Sie über den Menüpunkt Dienste Export Funktionen. Bitte wählen Sie zur Übergabe der Buchungen den Bereich Konten Bewegungen aus. Sie können die letzten Einstellungen laden oder eine neue Selektion ausführen. Über die Selektion bestimmen Sie welchen Zeitraum und welche Kontenbereiche Sie übergeben wollen. Ebenfalls können Sie den Buchungsbereich auswählen und weitere Übergabeoptionen treffen. Bei der Abfrage der Vorlaufdaten geben Sie bitte die Daten ein, die Sie von Ihrem Steuerberater erhalten. Bitte beachten Sie das Exportformat. Im nächsten Schritt wählen Sie bitte das Zielverzeichnis. Hier empfehlen wir stets einen neuen Ordner anzulegen bzw. ein leeres Verzeichnis zu wählen. Im Anschluss wird Ihnen das Protokoll und auch die PrimaNota-Seite angezeigt.